Gute Damen und Herren, ich habe zahlreich erschienen zum letzten Spiel der laufenden Saison Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Hey, we are the champions, let's finish like a champion. Go right from the get-go, right from the get-go, our house, okay, our win. Two, three, kangaroos! One, two, three, kangaroos! Nice to turn it off, let's say! And we'll lose! One, two, three, kangaroos! Two, three, kangaroos! Vielen Dank. Wenn man schon eine Halle hat, dann hat man auch noch ein bisschen Verpflichtung. Dann möchte ich meinen großen Dank aussprechen an alle Sporteuren. Die meisten sind über Jahre treu gewesen und ich kann jetzt nicht alle nennen, weil das sind sehr viele geworden. Wir sind über jeden Einzelnen dankbar. Und stellvertretend für die Treue und Versorgung möchte ich Herrn Robert Mastagherz von der Lohmann-Wirtschaftsberatung, unseren Hauptsponsor nennen. Zum Glück ein Applaus von Ruhi, dem wir das ja auch nicht vermögen. Als drittes möchte ich unseren Fans danken. Nachdem der Trennung, den wir in den letzten Jahren gehabt haben, Schuhjubili, die es verabschiedet hat, gab es einen neuen Trennung, der heißt Der sechste Mann. Alle haben nicht nach schräge Frauen oder auch Frauenfeder führen. Und was die gemacht haben dieses Jahr war sensationell. Weil die waren bei jedem Auswärtsspiel dabei. Lausuba und der Stadt Schellner. Alle es da gibt, auch ohne diese Leute aus dem Vorstand. Andrea Winklers, Lärterdarm, Roland Kröschel, Heinz-Peter Heinrichs, Hartmut Pugatzki, Klaus Holke, Tim Schutte, Torsten Jung, Alexander Phillips, Markus Knützer, Klaus Esser, Christian Farnloff und wir selber möchten ganz recht herzlich herzlichen Dank gemacht in die Probe in den 90er Jahren 2001 und die sind jetzt hier. Und dieser ist mit Abstand der Schöne. Lass mich hier hin. Weil, naja, es ging nicht daran, weil es ging jetzt nicht nach Glück, dass man irgendwie versucht hat, zwei, drei tolle Leute zu verpflichten. Und es ging auch nicht danach, dass wir als Zweitplatzierte, was wir auch schon mal geschafft haben, aufgestiegen sind, weil irgendwas aufgestockt wurde. Sondern ein Konzept lag dahinter. Es war ein Konzept, das wir uns als Basis gelegt haben. Und zwar, ich will das ganz kurz erzählen, nach dem Anstieg aus der Probe 2007, 2008, wollten wir einen Jugendlichen Neuer vormachen. Wir haben da die Schularbeit, Bankenslava, wo es ging, wir haben das tollen und jährlich gemacht. Im Jahr 2011, 2012 sind wir Dritter geworden, hatten 18 Siege, 8 Niederlagen. In 12, 13 sind wir Zweiter geworden, 20 Siege, 4 Niederlagen. Was übrigens in den letzten sechs Jahren davor gereicht hat, da aufzusteigen. Und in diesem Jahr sind wir Erster geworden, als hat es die 3 Niederlagen. Wir sind der Meister. Probe, wir kommen! Streit, ich werde Zeit, 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 wir werden fahren, auch die Diamantiere zu nutzen, Testingen disappeared. Sie hat H celle keine Dritten alten, decade. Sie transactions werden über eine Gebäude ver predator, sondern sie in daraufיא dann지�ert maten, Finally haben uns die Kapital. Ich möchte jemanden lehren und danken für ihre Tätigkeit hier, damit ihr euch so wohlfühlt, wie es nur hier in dieser schönen Lennart alles sein kann. Slater! Darf ich nicht? So, ich möchte jetzt mal die Helfer erinnern. Die haben es auch gemacht, um aufgerufen zu werden. Carola Heinrichs, Unterbrauch, bitte, ihr könnt müde applaudieren. Bernarda Rücke, Gabine Schmidt, Monika Herrwald, Mirjana Habermann, Theata Schulte, Osninde, Zerg'Zack, Binderstatt Schulte, Laura Kandwieser, Jasmin Schulte-Ossninde, Dankeschön. Wortmeldung! Neuer Kirchner! Bist du uns raus für ihn? Nein, ich weiß nicht. Wo sind Dominik Wille gegangen? Weg den ganzen Vorsitzenden! Tim Riesel! Michael Riesel! Michael Riesel! Michael Riesel! Gibt es die Leute? Das tue ich nochmal. Prost! Olaf Stranke! Marvin Astek! Michael! Jampi! Michael Riesel! Lukas Stranke! Was geht Lukas? Könnt ihr schneller? Jan Hünberg! Russen muss in der Sportstätten fahren. Frau Altersleute. Früher hier in Salma. Russen in der Sportstätten fahren. Herr Saudi. Ich bedanke mich bei der Lothar-Bretion von BV. Frau in der Ehrung vorgenommen hat. Im Hintergrund ist es möglich gemacht sein, dass wir jede Woche vor so einer Traum-Julisse spielen konnten. Und natürlich ein ganz großes Lob. Dankeschön an unsere Fans, die uns treu unterstützen bei jedem Spiel. Wir freuen uns auf die nächste Saison. Wir wissen, dass wir tatsächlich unterstützt werden von allen, die im Hintergrund oder auch die Fans bei dem Spiel dabei sind. Wir wünschen euch einen schönen Sommer. Jetzt feiern wir noch richtig. Und genau, los geht's wieder los. Ich freu mich. Hey! Von mir noch mal ein super, super herzliches Dankeschön an alle, die hier waren, wie sie es möglich gemacht haben. Vor allem mit Spur und Sohn. Ganz herzlichen Dank an die Zuschauer, die uns nachher rauswärts. Ich hoffe, dass ihr alle so gelohnt wird. Aber entscheidend ist, was hier drin passiert. Man kann Erfolg kaufen, dass es hier ausdrücklich nicht passiert. Sondern man sich den Erfolg erarbeitet. Ich wünsche euch einen ganz schönen Abend. Feierschön. Kommt alle gut nach Hause. Macht nicht zu lange ab, macht lange. Heute ist das erlaubt. Tschüss und auf Wiedersehen. Wir sehen uns in der Probe. Dankeschön.